Jeremia Jeremia ist der zweitgrößte Prophet im Alten Testament. Er lebte in Jerusalem und predigte in den Jahren kurz vor Judas Gefangenschaft. Das war eine Zeit, wo sich alles schon zuspitzte und das Gericht Gottes über sein Volk unabwendbar wurde. Es war keine leichte Aufgabe, unter diesen Umständen ein Bote Gottes zu sein. Da war nicht mehr viel Erfreuliches, was Jeremia hätte sagen können. Die Botschaft eines Propheten muss nicht immer ernst und drohend oder unheilverkündigend sein. Manche Propheten haben trostreiche und ermutigende Botschaften gehabt. Aber um 640 vor Christus, am Vorabend der babylonischen Invasion, beschäftigte Jeremia nur ein Thema. Und er litt doppelt. Einmal litt er mit Gott unter den Sünden und Unbußfertigkeit seines Volkes. Die Rebellion beleidigte ja Gott und erniedrigte ihn. Auf der anderen Seite litt Jeremia auch unter der Strafe Gottes, die ihn genauso traf wie die anderen Bürger des Landes. So litt er mit beiden und weinte oft. Darum wird er auch der weinende Prophet genannt. Doch bevor wir von dem Gericht und dem Unglück des Volkes sprechen, wollen wir uns noch kurz das Umfeld ansehen. Jeremia trat etwa 100 Jahre nach Jesaja auf. Das Volk hatte schon vergessen, was die großen Propheten Jesaja und Micha gesagt hatten. Ebenso hatte es vergessen, dass vor 100 Jahren, also vor fast drei Generationen, das Brudervolk Israel, das Nordreich, in eine syrische Gefangenschaft geschleppt worden war. Dieses Ereignis hatte Judah damals wahrscheinlich betroffen gemacht und den Reden Jesajas Gewicht verliehen. Aber nun hatte man sich schon daran gewöhnt, dass im nördlichen Kanaan, das eigentlich von Israel bewohnt werden sollte, ein heidnisches Mischvolk lebte. Die Samariter, wie dieses Volk genannt wurde, beteten Götzen an und kannten das Gesetz des Herrn nicht. Zu Jeremias Zeiten geschah auch ein Wechsel in der Vorherrschaft der großen Weltmächte im Orient. War bisher Assyrien die den ganzen Mittleren Osten beherrschende Macht gewesen, so erhoben sich jetzt die Meder und Chaldea. Sie nahmen Ninive, die Hauptstadt Assyriens, ein und machten dem Reich ein Ende. Diesen Umschwung wollte Ägypten sich zunutze machen und die alte Herrschaft über diese Reiche zurückgewinnen. Deshalb begab sich der Pharao mit seinen Heeren wieder nach Norden, um Ninive und Babylon einzunehmen. Der mächtige babylonische König Nebukadnezar jedoch zog ihm entgegen und schlug ihn entscheidend in Karkemis am Euphrat. Den Sieg über die Ägypter nutzte Nebukadnezar, um weite Landesteile, die ehemals Assyrien gehörten, unter seine Herrschaft zu bringen. Zu diesen Provinzen gehörte auch Judah mit der Hauptstadt Jerusalem. Nebukadnezar unterwarf den König Joachim von Jerusalem und machte ihn tributpflichtig. Als Beweis seiner Macht und als eine Art Sicherheit nahm er Gefangene oder Geiseln aus der obersten Schicht der Bevölkerung mit. Unter diesen Gefangenen befanden sich auch Daniel und seine Freunde. Noch stand Jerusalem und der Tempel. Auch das übrige Land Judah war noch unversehrt. Aber der Besuch Nebukadnezars hätte Gottes Volk zur Besinnung und zur Buße führen sollen. Das geschah jedoch nicht. Der König Judas rebellierte schon bald zusammen mit anderen Nachbarstaaten gegen die Herrschaft Babylons. Das ließ sich der König Nebukadnezar nicht gefallen und zog mit seinem Heer nach Jerusalem. Dort belagerte er die Stadt, nahm sie nach drei Jahren ein und führte den König mit seiner Familie und etwa 10.000 Gefangenen aus der Elite des Volkes, unter ihnen auch Ezekiel, nach Babylon in die Gefangenschaft. Jeremia erlebte diese Demütigungen und Niederlagen seines Volkes mit. Und weil er in Jerusalem in der Nähe der Könige wohnte, sprach er direkt mit dem König über Gottes Pläne. Die Botschaft, die Jeremia zu überbringen hatte, war für die Herrscher und das Volk unverständlich, unlogisch und unpassend. Sie hatten erwartet, dass Jeremia ihnen Sieg über die Feinde verheißen würde oder Zuspruch, Bestätigung und Ermutigung für eine Auseinandersetzung oder wenigstens Gottes Zusage, dass nichts Schlimmes passieren würde. Aber die Botschaft Gottes zu diesem Zeitpunkt war, dass der König die Niederlage anerkennen, sich ergeben und unter Gottes Gericht beugen sollte. Es gab keine andere Lösung mehr. Jeremia sagte dieses auch laut zum Volk und zu den Königen. Aber sie wollten nichts davon wissen. Sie empfanden es, als würde Jeremia sich mit ihren Feinden verbünden und gegen sie kämpfen. Weil er Judah nicht zum Kampf und Widerstand aufrief, sondern zur Auslieferung, drohte Jeremia ständig ein Prozess. Wegen seiner Botschaft hatte er viel zu leiden und wäre fast als Landesverräter getötet worden. Manchmal ist es wirklich für alle besser, man ergibt sich, anstatt den Helden zu spielen und bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen. Aber oft gehört mehr Heldenmut dazu, im richtigen Zeitpunkt die Waffen zu strecken und die Niederlage anzunehmen, als blind in das Verderben und den Tod zu laufen. Jeremia lebte in einer schwierigen Zeit und hatte eine lebensgefährliche Aufgabe. Andererseits sah kaum ein anderer Prophet seine eigenen Weissagungen so unmittelbar in Erfüllung gehen. Jeremia prophezeite manchmal Ereignisse, die schon einige Monate später eintrafen. Nachdem wir uns nun ein wenig in die Zeit des Propheten versetzt haben, wollen wir noch den Mann selbst kennenlernen. Wie schon gesagt, lebte Jeremia zur Zeit der letzten sieben Könige Judas. Wahrscheinlich wurde er während der Regierung des sehr gottlosen und grausamen Königs Manasse geboren und erlebte als Kind die Erweckung unter dem König Josias. Jeremias Dienst erstreckte sich über 50 Jahre, also eine ziemlich lange Laufbahn. Eine jüdische Tradition berichtet, dass er im hohen Alter von seinen Volksgenossen gesteinigt worden sei. Vielleicht nimmt Jesus darauf Bezug, als er im Neuen Testament sagt, Hoffentlich gehören du und ich nicht auch eines Tages zu denen, welche die Gesandten Gottes verkennen und ablehnen. Jeremia ist mehrmals von seinen eigenen Leuten geschlagen und misshandelt worden. Dreimal wurde er ins Gefängnis geworfen und einmal in eine Zisterne, in der er mehrere Tage im Schlamm stehend zubrachte. Zweimal verlangten die Juden entschieden seinen Tod. Als dann Jerusalem eingenommen wurde und die Juden gefangen nach Babylon geführt wurden, behandelte der babylonische König ihn freundlich. Er ließ Jeremia die Wahl, ob er in dem verwüsteten Land bei einem kleinen Rest seines Volkes bleiben oder ob er die Gefangenen nach Babylon begleiten wollte. Jeremia zog es vor, in Judah zu bleiben. Er wurde später von seinen eigenen Volksgenossen mit nach Ägypten geführt, wo sie Schutz vor dem babylonischen König suchten, gegen den sie sich aufgelehnt hatten. Auch noch in Ägypten übermittelte Jeremia, schon um die 70 Jahre alt, dem widerspenstigen Volk die Botschaft Gottes. Ein Diener des Herrn zu sein, bringt oft Verfolgung, Leiden und Tod, oft aber auch Befriedigung, Freude und Segen. Wer Gottes Bote sein will, muss auch zu schweren Wegen ein ganzes Jahr haben. Jeremias Leiden waren keine Strafe für seine Sünden. Sie waren auch nicht nötig zu seiner Läuterung und Bewährung im Glauben. Sie waren einfach die Folge seines aufopfernden Dienstes für Gott und sein Volk. Aber nun wollen wir noch rasch etwas über die Botschaft Jeremias erfahren. Wie viele andere Propheten, so war auch Jeremia dazu berufen, die Sünden seines Volkes aufzudecken und die Sünder zur Buße zu rufen. Was für Sünden herrschten zur Zeit seines Dienstes? Darüber gibt uns sein Buch Auskunft. In Kapitel 2, Vers 13 lesen wir, Denn dies Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Die Sünden, die Gott hier mit dem Bild der Zisterne beschreibt, sind Abfall und Untreue gegen Gott, der lebendigen Quelle. Und die rissige Zisterne ist der Götzendienst des Volkes. Seit dem Auszug aus Ägypten war Israel immer wieder geneigt, seinen Gott zu verlassen und neue Götter anzunehmen. Warum? Die beste Erklärung dafür ist sicherlich, dass das Volk nicht mehr den strengen Gesetzen Gottes folgen wollte. Der lebendige Gott verlangte Treue und Gehorsam von seinem Volk, die anderen Götter nahmen das nicht so genau. Es war viel leichter, ihnen zu folgen und das religiöse Bedürfnis an ihnen zu befriedigen. In Kapitel 7, Vers 9 sagt Jeremia einen Kernsatz seiner Botschaft, der immer wieder in anderen Varianten wiederholt wird. Ihr seid Diebe, Mörder, Ehebrecher und Meineidige und opfert dem Baal und lauft fremden Göttern nach, die ihr nicht kennt. Das erste Problem Israels war also der Abfall von Gott und der Götzendienst. Daraus entstand dann das, was immer die Folge vom Abfall ist, nämlich Unmoral, Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Lüge und Betrug. Der sittliche Verfall eines Volkes, einer Generation, einer Kirche oder Gemeinde hat also meistens seine Ursache in dem Abwenden von dem Gott, der Bibel und seinen Gesetzen. 3. Jeremia kritisierte die Unbußfertigkeit seines Volkes Im Kapitel 2, Vers 30 klagt er an Gottes Stadt, Alle meine Schläge sind vergeblich an euren Söhnen, sie lassen sich doch nicht erziehen. Das Schlimmste für einen Menschen ist nicht, dass er sündigt und dass er fällt. Das, was ihn aber in das Gericht und die ewige Verdammnis bringen wird, ist seine Unbußfertigkeit, wenn er seine Fehler nicht einsehen kann. Auch der größte Sünder kann gerettet werden, wenn er seine Unsittlichkeit, seine Ungerechtigkeit, seine Heuchelei und Verderbtheit einsieht und Gott um Vergebung bittet. Es ist auch für uns heute eine gefährliche Position gegen besseres Wissen, unser Herz gegen Gott zu verhärten und den Egoismus und Sünde zu beharren. Wir beten noch. Herr, wir danken dir für Männer wie Jeremia, die trotz vieler Leiden und Widerstände in deinem Dienst ausgeharrt haben. Berufe auch heute noch solche treuen Boten, die in einer gottlosen und unsittlichen Welt furchtlos dein Wort und deinen Willen verkündigen. Amen. Amen. Vielen Dank.